Du, ich fahr' zu McDonald's. Soll ich dir was mitbringen? Nein, danke. Doch, 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 doch. Ein Cheeseburger, ein Chickenburger und ne kleine Kauke. Schnell mal sparen. Das McDonald's SMS. Schnell mal sparen mit vielen Produkten ab einem Euro. Und jetzt abkühlen mit den Eisgeliebten von McDonald's. Das Max-Sunday-Milcheis für einen Euro.